Wer hat nicht gern eine schöne große Hecke vor seinem Garten, um dahinter in Ruhe zu entspannen und seine Privatsphäre zu genießen? Man muss nur eins wissen, man gibt damit auch einem Eindringling die Möglichkeit in Ruhe einzubrechen. Aus diesem Grund achtet darauf, wie ihr euren Garten plant und schaut, denn es ist immer ein gewisser Gegensatz zwischen Privatsphäre und Sicherheit.